. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Hutmacher, lieber Herr Löwer, dir Thomas, liebe Frau Steinbeck, liebe Freunde, liebe Kollegen, ich möchte Sie heute Abend auf eine ganz spannende Reise mitnehmen, in eine der faszinierendsten Welten einzutauen, tauchen in die Welt des menschlichen Gehirns. Eines Organs, das so wichtig dafür ist, wie wir uns als Menschen begreifen, unser Menschsein erkennen, mit dem wir uns die tollsten Computer ausdenken können, das aber so komplex ist, dass wir es nicht mal annähernd auf einem Computer nachempfinden können, das uns ständig neue Erkenntnisse liefert, aber auf der anderen Seite uns auch immer wieder damit konfrontiert, dass wir vielleicht in unserer Erkenntnisfähigkeit doch viel mehr beschränkt sind, als wir uns das vielleicht vorstellen oder als wir es gerne hätten. Und all das nur auf 1,3 bis 1,5 Litern Volumen. Und wir wissen über das menschliche Gehirn, dass etwa 86 bis 100 Milliarden Nervenzellen dort sind. Jeder hat vielleicht 10.000 Kontakte mit anderen Zellen und wenn man sich vorstellt, dass dieser Kontakt mal an oder mal aus ist, dann kommt man schon auf diese astronomische Zahl von 2 hoch 10 hoch 15 verschiedenen Zuständen, die vielleicht nicht alle möglich sind, biologisch nicht sinnvoll sind, aber die zumindest den Merkmalsraum, in dem wir uns bewegen, aufzeigen. Es ist ein faszinierendes Organ, was nicht besonders viel Energie braucht, ein Organ, was mit unter 100 Jahren funktionsfähig ist, ohne dass man ins Ersatzteillager gehen muss. Es hat unglaubliche Fähigkeiten hervorgebracht. Wir denken an die wunderbarsten Komponisten oder an große Virtuosen, die Instrumente kennen, an große Mathematiker, kluge Physiker. Und wir wissen, dass dieses Gehirn sich über den gesamten Lebenszeitraum entwickelt und dass es sich anpassen kann, dass es lernt. Es ist kein statisches System, keine Maschine, sondern es ist etwas, was uns begleitet. Und was mit uns älter wird auch. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch beim Älterwerden insbesondere der Fall, dass dieses Gehirn Erkrankungen ausgesetzt ist. Und hier sieht man zum Beispiel, wie ein Gehirn sich verändert während einer neurodegenerativen Erkrankung. All das, was rot ist, das sind Rückgänge im Volumen, die wir im Gewebe haben bei dieser neurodegenerativen Erkrankung. Und wir wissen, dass das Gehirn letztendlich eine ganz wesentliche Rolle spielt bei den verlorenen Lebensjahren, wenn man das nach Krankheit bemisst, dass wir bei Depressionen Veränderungen haben in der molekularen Struktur, dass bei Schlaganfall mitunter die Sprache verloren geht, mitunter aber auch die Bewegung verloren geht. Und wenn wir gerade uns diese neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen anschauen, dann ist es eigentlich immer so, dass ganz spezifische Symptome, ganz spezifische Ausfälle vorkommen und die haben immer auch etwas damit zu tun, wo im Gehirn letztendlich eine Schädigung zu finden ist. Und die Frage ist, wie lassen sich denn all diese verschiedenen Befunde, wie lassen die sich denn miteinander vergleichen, wie kann man denn erkennen aus einem bestimmten Symptom, zum Beispiel nach einem Schlaganfall, wo die Läsion war, wie sie sich verändern wird, was man tun muss, um diese Läsion vielleicht abzumildern. Und die Antwort darauf oder eine Antwort darauf ist, wir können das Gehirn kartieren und einen Atlas entwickeln. Das ist ein sehr erprobtes Mittel, was sich in der früheren Geschichte schon sehr gut durchgesetzt hat. Aber wie soll denn jetzt so ein Atlas für das menschliche Gehirn sein? Welche Eigenschaften soll dieser Atlas haben? Und die erste Eigenschaft, er sollte möglichst genau sein. Vasco da Gama hat einen recht genauen Atlas gehabt und dieser genaue Atlas, der darauf basiert hat, dass zum Beispiel der Ortumfang korrekt durch Erastosthenes angenähert berechnet wurde, der hat ihn also um Afrika herum bis zum Gewürzland bis nach Indien gebracht. Kolumbus hatte einen nicht so guten Atlas. Kolumbus hat leider Europa und Asien die Landmassen etwas überschätzt. Der Durchmesser war nicht ganz so. Kolumbus hat Amerika entdeckt, aber er ist eben nach Westen gefahren und nicht nach Osten. Und das ist eine große Erkenntnis gewesen. Aber unsere Zuwendungs- und Geldgeber sind mit solchen Überraschungen nicht immer glücklich. Also wenn es dann halt was ganz anderes wird. Und deshalb ist es durchaus hilfreich, einen sehr guten Atlas und sehr gute Karten zu haben. Was sollte dieser Atlas noch haben für Eigenschaften? Nun, er sollte die Modalitäten einer Region aufzeigen und in diesem sehr schönen Buch von Humboldt sind Abbildungen drin, die zeigen, dass er Karten gemacht hat, in denen man eben nicht nur die Länder und die Grenzen der Meere gesehen hat, sondern er hat zum Beispiel die Vegetation abgebildet und er hat die Höhenlinien abgebildet. Das heißt also, ein Atlas sollte nicht nur einfach Grenzen aufzeigen, er sollte Eigenschaften einer Region auch aufzeigen. Und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Eigenschaften einer Region, die in so einen Atlas integriert werden müssen. Und es gibt ein Wort dafür, was Humboldt nicht kannte. Wir würden das aber heute einen multimodalen Atlas nennen. Also ein Atlas, der viele Modalitäten, viele Eigenschaften des Gehirns aufgreift und es ermöglicht, sie im Komplex, im Zusammenhang zu analysieren und zu hinterfragen. Das Gehirn hat noch andere Eigenschaften. Was welcher Helmut die Nun je nachdem, dass alles sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Gehirn hat also die besondere Eigenschaft, dass, wenn wir es verstehen wollen, wenn wir die Organisationsprinzipien erfassen wollen, wir über sehr, sehr viele Größenordnungen gehen müssen. Und diese Größenordnungen sind zum Teil in ein und derselben Struktur zu finden. Also so eine Nervenzelle ist zum Beispiel vielleicht 20 Mikrometer, also 20 Tausendstel Millimeter groß, aber andererseits hat sie Fortsätze, die können bis einem Meter lang sein, nämlich genau dann, wenn es vom Gehirn bis ins Rückenmark geht und da erst umgeschaltet wird. Das heißt, wenn wir letztendlich das Organgehirn verstehen wollen, dann müssen wir es schaffen, diese verschiedenen Größenordnungen zu überbrücken und sie miteinander in Verbindung zu bringen. Und das ist etwas sehr Schwieriges und Herr Löwe hat das kurz in seinem einführenden Vortrag angedeutet. Die Kulturen sind sehr, sehr unterschiedlich. Und Wissenschaftler, die sich vielleicht in der Chemie auskennen, die interessieren sich nicht unbedingt immer dafür, wie ein neurologisches Symptom entsteht oder wie bestimmte große Regionen im Gehirn wie der Hippocampus funktionieren. Aber es ist letztendlich wichtig, all das miteinander in Verbindung zu bringen, denn ansonsten bleibt man natürlich an der Oberfläche, was ganz viele Aspekte betrifft. Das zeigt aber auch diese unglaubliche Komplexität, mit der wir konfrontiert sind als Hirnwissenschaftler und die wir irgendwie zu bändigen versuchen müssen. Nun, einige der ersten Wissenschaftler, die einen aus meiner Sicht sehr, sehr modernen Ansatz hatten, Hirnforschung durchzuführen, das sind meine Vorvorgänger Cecile und Oskar Vogt, hier mit Korbinian Brotmann zu sehen, die ich als Wegbereiter der modernen Hirnforschung durchaus auch sehen möchte. Die haben in Berlin-Buch letztendlich ein Kaiser-Wilhelm-Institut gegründet, in dem Anatomie, Pathologie, Physiologie, Sprachwissenschaft, aber auch Dokumentation und sogar Genetik schon vorhanden waren und das eben zu Beginn des Jahrhunderts. Es war unglaublich modern, was diese Forscher geschaffen haben und sie haben es geschafft, einer von ihnen, Korbinian Brotmann, eine der ersten Hirnkarten überhaupt herzustellen und diese Hirnkarte hat die Oberfläche des Gehirns in mehr als 40 verschiedene Areale untergliedert und auch wenn das zu dieser Zeit noch nicht nachgewiesen werden konnte, so hatte doch jedes dieser Areale nach Brotmanns Verständnis eine ganz bestimmte Funktionalität. Eines war zum Beispiel für das Sehen verantwortlich, eines für das Hören. Aber wie gesagt, für die meisten dieser Areale konnte man solch einen Zusammenhang nicht herstellen. Nun, ich sehe mich durchaus auch in der Nachfolge von den Vogts mit meinen Vorgängern im Institut für Hirnforschung in der Universität Düsseldorf, die hier also in trauter Familiarität zu sehen sind und das Gehirn betrachten. Was haben wir nun anders gemacht als unsere Vorgänger vor 100 Jahren? Nun, eine ganz wichtige Änderung, die wir eingeführt haben, war, dass wir Verteilungen von Nervenzellen im Gehirn gemessen haben. Wir haben also nicht nur mikroskopiert und eingeschätzt, wie verschiedene Hirnregionen unter dem Mikroskop aussehen, sondern wir haben versucht, quantitative Werte zu erfassen, die uns dabei helfen, solche Analysen reliabel und auch letztendlich reproduzierbar zu machen. Und mit solchen Verfahren, die in den 80er, 90er Jahren entstanden sind, haben wir angefangen, menschliche Gehirne zu kartieren. Was Sie hier sehen, das sind Schnitte durch ein menschliches Gehirn, genauer gesagt durch die Region, wo sich das Seezentrum befindet. Und jedes dieser bunt markierten Hirnareale markiert also eines der Areale, die sich bezüglich der zellulären Architektur unterscheiden. Und eine der ersten Erkenntnisse daraus war, dass letztendlich die Lage dieser Areale nicht vorhergesagt werden kann, wenn man sich nur das Faltungsmuster des Gehirns anguckt. Und das ist sehr wichtig, denn das Faltungsmuster kann man sehr gut sehen in modernen Kernspintomografen, aber die Lage der Areale kann man leider nicht erkennen und man kann sie nur für ganz, ganz wenige Hirnareale gut und genau vorhersagen. Es gab eine weitere Erkenntnis und die ist uns gekommen, als wir zwei Areale im Bereich des Seezentrums, die sind hier rot und grün dargestellt, dreidimensional rekonstruiert haben. Und wir schauen jetzt von hinten auf zehn verschiedene Gehirne mit diesen zehn verschiedenen Arealen. Und was hier sofort auffällt, ist, die sehen alle irgendwie anders aus. Die Areale sehen anders aus, die sind unterschiedlich groß, die gehen unterschiedlich weit auf die Oberfläche, die Gehirne selber sind anders. Also das Faltungsmuster, was wirklich ein Unikat ist für jedes einzelne Gehirn, es ist wirklich unterschiedlich. Und wir haben damit eben auch keine sicheren Landmarken dafür zu sagen, wo sich ein bestimmtes Areal befindet oder wo es nicht noch befindet. Und die Erkenntnis, dass es hier eine interindividuelle Variabilität gibt, also eine Variabilität im Bau, die ist eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen. Und wir haben dann festgestellt, wir waren nicht mal die Ersten, die das festgestellt hatten, sondern es gab einen sehr berühmten Vorgänger. Ich habe ein oder zwei Dinge zu sagen. Sagt uns, sagt uns beide Dinge! Hört zu, ihr versteht das alles falsch. Es ist wirklich nicht nötig, dass ihr mir folgt. Es ist völlig unnötig, einem Menschen zu folgen, den ihr nicht mal kennt. Ihr müsst nur an euch selbst denken. Ihr seid doch alle Individuen. Ja, wir sind alle Individuen. Und ihr seid alle völlig verschieden. Ja, wir sind alle völlig verschieden. Ich nicht. Und jeder von euch sollte versuchen, es für sich selbst rauszufinden. Ja, wir sollten versuchen, es für uns selbst rauszufinden. Ja, genau. Sagt uns mehr! Nein, darum geht's ja. Ihr habt euch von niemandem sagen zu lassen, was ihr tun und lassen sollt, denn wenn ihr dies tut... Das genügt, das genügt, das genügt! Warum zeige ich diesen Film? Weil man hier eigentlich sehr schön sieht, in welchem Spannungsfall wir letztendlich uns befinden. Wir wollen einerseits das Gehirn verstehen. Wir wollen die Gesetzmäßigkeiten des Gehirns verstehen. Wir wollen vielleicht das Gehirn simulieren. Aber auf der anderen Seite sind Gehirne auch sehr, sehr unterschiedlich. Und spätestens, wenn wir darüber nachdenken, wie wir Patienten behandeln, wenn wir an Präzisionsmedizin denken, dann ist Variabilität natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und Variabilität ist auch noch sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wo wir uns Variabilität anschauen. Sie ist in manchen Hirnregionen größer als in anderen Hirnregionen. Sie ist wahrscheinlich auf der Ebene von Zellen sehr viel kleiner als auf der Ebene von großen funktionellen Systemen, mit denen wir zum Beispiel Sprache ermöglichen oder Sehen ermöglichen. Und wir haben überhaupt keine Ahnung, wie groß die Variabilität zum Beispiel auf der molekularen Ebene ist. Das ist also für uns eine Schlussfolgerung, dass wir sagen, Variabilität muss letztendlich Forschungsgegenstand sein und ist nicht nur einfach ein Faktor, den wir gerne herausmitteln, wenn wir besonders große Stichproben adressieren und diese analysieren. Nun, gerade diese Dinge, die uns sehr menschlich, sehr individuell machen, die zum Beispiel durch Hirnregionen im Bereich des Frontallappens unterstützt werden, die sind natürlich besonders interessant. Und hier haben wir besonders wenig Möglichkeiten, darauf zu vertrauen, dass das, was wir aus Tierexperimentellen befunden, vielleicht wissen, dass das auch wirklich für den Menschen stimmt. Und hier haben wir zwei verschiedene Areale im Bereich des Frontalpuls kartiert und mein Herr Vorgänger, Herr Brotmann, hat in diesem Bereich nur ein einziges Hirnareal, nämlich die sogenannte Area 10 gefunden. Nun, unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass es dort zwei verschiedene Areale gibt und das, was Sie hier sehen, das ist die Hirnrinde, das ist die Oberfläche des Gehirns, das ist die Rindenmarkgrenze, die schwarzen Punkte, das sind alles verschiedene Nervenzellen und man kann sehen, dass diese Nervenzellen auf einer ganz besonderen Art und Weise verteilt sind. Sie bilden Schichten und diese Schichten haben besondere Eigenschaften. Sie sind zum Beispiel auf eine ganz besondere Art und Weise mit anderen Hirnregionen, mit anderen Hirnarealen verknüpft. Und an dieser Stelle ändert sich irgendwie das Muster, was wir beobachten können. Und zwar können wir Unterschiede finden hier in dieser Schicht zum Beispiel. Wir können Unterschiede in der dritten Schicht sehen oder wir können auch Unterschiede finden, wie scharf letztendlich die sogenannte graue Substanz mit den Nervenzellen in die weiße Substanz übergeht. Die Scharfe ist hier eine größere, als sie zum Beispiel hier ist. Und Sie können sich natürlich vorstellen, dass solche Arten von Unterschieden mitunter sehr, sehr schwer zu sehen sind. Und vielleicht manche Kollegen das anders sehen, als ich das sehe. Und vielleicht sind einige von Ihnen im Raum, die jetzt sagen, naja, das sieht ja alles irgendwie gleich aus. Vielleicht ist ja die Grenze auch ganz woanders oder sie gibt es gar nicht. Das heißt, um letztendlich so etwas reproduzierbar zu machen, müssen wir messen. Und wir haben in Düsseldorf im Hirnforschungsinstitut ein Verfahren entwickelt, bei dem es uns möglich ist, diese Grenzen zwischen verschiedenen Hirnarealen mit Hilfe von statistischen Kriterien und Bildanalyse genau und reproduzierbar zu bestimmen. Und wenn man dann diese Hirnrindenareale in benachbarten Schnitten kartiert und das Ganze dreidimensional rekonstruiert, dann kommt man zu solchen Hirnkarten für ein einzelnes menschliches Gehirn. Und das Areal FP1 ist hier auf der äußeren Seite des Gehirns. Das Areal FP2, das kann man nur sehr schwer sehen. Das befindet sich nämlich in der Mitte des Gehirns mehr. Und Sie können sehen, auch diese Hirnareale unterscheiden sich zwischen diesen drei Gehirnen. Wir untersuchen solche Hirnareale in der Regel in zehn verschiedenen Gehirnen und registrieren dann, wie wir es nennen, diese Hirnareale in einen gemeinsamen Referenzraum. Wir tun das deshalb, um diese Hirnareale miteinander vergleichbar zu machen und sie letztendlich miteinander zu überlagern. Denn die Idee ist, dass man auf diese Art und Weise eine Wahrscheinlichkeitskarte erzeugen kann, die für jeden Punkt in so einem Gehirn die Wahrscheinlichkeit angibt, mit der das Hirnareal dort ist oder nicht. Und rot bedeutet, dass das Hirnareal dort mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit ist. Und grün bedeutet, es ist nur mit einer 30- oder 20-prozentigen Wahrscheinlichkeit da. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeitskarten sind eine Möglichkeit, Variabilität zu quantifizieren. Und sie haben natürlich eine große Bedeutung, wenn Sie daran überlegen, dass zum Beispiel ein Neurochirurg ja möglichst präzise sein Messer schwingen möchte und eben gerade Hirnareale nicht zerstören und schädigen möchte, die vielleicht wichtig sind und die funktionell ganz relevant sind. Nun, wir haben solche Hirnareale inzwischen an ganz vielen Gebieten im Gehirn kartiert und stellen diese über den YouBrain, also den Jülicher Hirnatlas der Öffentlichkeit zur Verfügung. Und es ist sehr, sehr aufwendig, so ein Hirnareal zu kartieren. Man braucht etwa ein Mann ja oder ein Frau ja, um ein einzelnes Gehirnareal zu kartieren in zehn Gehirn. Und wir haben in den letzten gut 20 Jahren vielleicht 200 verschiedene Hirnareale im menschlichen Gehirn kartiert. Und wie Sie sehen, gibt es immer noch viele graue Flächen. Das heißt, wenn Sie arbeiten möchten, Sie sind herzlich willkommen. Da ist noch immer viel zu tun, um die Hirnkarte vollständig zu machen. Was macht man dann mit solchen Hirnkarten, außer dass man weiß, dass sich offensichtlich die zelluläre Architektur unterscheidet? Nun, man kann sie zum Beispiel nehmen, um sie mit Befunden aus der In-Vivo-Bildgebung zur Funktion von bestimmten Arealen oder auch zur Verbindung, also der Konnektivität gegenüberzustellen. Und wenn man das macht, dann kann man herausfinden, dass das eine Areal, das FP1, sich mehr mit kognitiven Aufgaben beschäftigt, wohingegen das zweite Areal, FP2, mehr in emotionale Verarbeitung einbezogen ist. Es gibt also funktionelle Unterschiede in dieser Hirnregion. Und es ist eben nicht nur eine Frage, ob man etwas besonders genau oder besonders detailreich macht. Es gibt fundamental unterschiedliche Funktionalitäten in diesen Hirnregionen, die man inzwischen mit diesen Methoden identifizieren kann. Und wir sehen außerdem, dass das Areal, was sich mehr in der Mitte des Gehirns befindet, dass das besonders bei Patienten mit einer Depression beeinträchtigt ist und nicht so sehr das Areal, was mehr an der äußeren Oberfläche ist. Und wir finden auch heraus, dass sich die Genexpression unterscheidet und zwar in Bezug auf Gene, die wichtig sind für Botenstoffe, die wieder etwas zu tun haben, zum Beispiel mit der emotionalen Verarbeitung. Das heißt, über diese zelluläre Architektur können wir bestimmte Dinge zusammenbringen und wir können uns auf diese zelluläre Architektur bei unseren Analysen immer wieder beziehen. Und wir können sogar noch mehr tun. Wir können weiter in die molekulare Architektur gehen und zum Beispiel die Verteilung von bestimmten Fetten untersuchen. Hier mit einer Methode, die MALDI heißt und die uns Grenzen zwischen Hirnarealen an ganz ähnlichen Stellen zeigt, wie wir sie zum Beispiel über die zelluläre Architektur auch finden können. Das heißt, für mich kam aus der zytoarchitektonischen, also zellulären Gliederung und Analyse des menschlichen Gehirns eine Erkenntnis, dass Hirnorganisation sehr, sehr viele verschiedene Aspekte mit sehr unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen Ebenen umfasst. Und dass, um diese Hirnorganisation erfassen zu können, man einen guten Atlas braucht, der ortsgetreu diese ganzen verschiedenen Merkmale abbildet und sie so überhaupt erst einmal miteinander vergleichbar macht. Und diese zelluläre Architektur hat eine ganz wichtige Bedeutung, weil sie eine Art Bindeglied zwischen diesen ganz verschiedenen Ebenen der Hirnorganisation ist. Sie ermöglicht es, alles auf die Zellarchitektur zu beziehen und sich damit austauschen zu können, darüber kommunizieren zu können. Viabilität ist Bestandteil unseres Konzepts von Hirnorganisationen und ist besonders von Bedeutung natürlich für Alterung, aber auch für neurologische und psychiatrische Erkrankungen. Letztendlich die 86 oder 100 Milliarden Nervenzellen mit all ihren Verbindungen, all ihren verschiedenen molekularen, genetischen Eigenschaften miteinander zu verknüpfen und zu analysieren, erfordert eine völlig neue Art von Atlas. So ein Atlas, wie wir ihn bis jetzt noch nicht zur Verfügung haben. Wie macht man das, wenn man so eine schwierige Aufgabe hat? Nun, man kann versuchen, letztendlich die Neurowissenschaft mit den Computerwissenschaften zu verknüpfen. Und genau das ist, womit wir im Human Brain Project angetreten sind. Hier wollen wir das menschliche Gehirn analysieren, als eine der großen wissenschaftlichen Herausforderungen dieses Jahrhunderts. Und es bedeutet eben letztendlich, dass es nicht nur ein Beitrag zur Grundlagenwissenschaft ist, sondern es ermöglicht eben auch neue Therapien, neue Diagnoseverfahren zu schaffen. Es ermöglicht, neue Technologien zu entwickeln und einen Beitrag letztendlich auch für die gesellschaftliche Entwicklung zu machen. Und wir sind jetzt gerade im Human Brain Projekt in einer Phase, wo all das letztendlich möglich ist, wo es beginnt, immer mehr Realität zu werden. Das ist ein großes Projekt. Es ist ein Projekt, was über zehn Jahre konzipiert ist. Das ist ein sehr langer Zeitraum. Das ist wichtig, wenn man so ein großes Forschungsziel hat. Und in der jetzigen Förderungsphase von zwei Jahren bekommen wir 89 Millionen Euro. Und das bedeutet wir, bedeutet, das sind Forscher aus 19 verschiedenen Ländern, die sich in zwölf Teilprojekten organisiert haben und die angetreten sind, also diese ganzen Facetten der Hirnforschung zu adressieren. Und da kommen tolle Ergebnisse raus. Eines ist zum Beispiel von meinem Kollegen Marcelo Massimini, der versucht, Bewusstsein und Komplexität in Verbindung zu bringen. Er hat also ein Komplexitätsmaß entwickelt, das man messen kann bei Patienten oder auch bei Menschen, die schlafen oder auch bei Menschen, die wach sind. Und dass uns darüber etwas sagt, wie bewusst ein Mensch ist. Das ist natürlich hochspannend, wenn man Bewusstsein messen kann aus grundlagenwissenschaftlicher Sicht. Aber es ist auch ganz wichtig, wenn wir verstehen wollen, ob zum Beispiel Patienten, mit denen wir keinerlei Kontakte mehr haben, weil sie nicht mehr reagieren, weil sie auf Ansprache nicht mehr zu reagieren scheinen, wenn wir wissen wollen, sind die denn nun bewusst? Gibt es da noch ein Restbewusstsein oder gibt es das zum Beispiel nicht? Ein anderes Beispiel, ganz engem Zusammenhang, ist die Untersuchung der Verteilung von Rezeptoren für Botenstoffe. Botenstoffe sind ganz wichtig, wenn Informationen im Gehirn übertragen werden sollen. Und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Botenstoffe im Gehirn. Was wir nun in Düsseldorf machen und Herr Zilles hat das vor vielen Jahren eingeführt, ist, dass wir nicht nur eine Art von Botenstoffen untersuchen, sondern ganz verschiedene Arten. Und diese Botenstoffe sind auch im Gehirn sehr, sehr unterschiedlich verteilt. Und wir können über diese Verteilung der Rezeptoren für Botenstoffe sehr schön regionale Gliederungen analysieren. Und diese regionalen Gliederungen sind natürlich wichtig, aber wir sehen auch, dass die absolute Menge an Botenstoffen sehr, sehr unterschiedlich sind. Zum Beispiel, wenn wir uns das anschauen bei Patienten mit Alzheimer, da ist dieser eine Rezeptor für einen Botenstoff, einen modulierenden, sehr viel in geringerer Konzentration vorhanden, als wir das bei Kontrollpersonen sehen können. Und Rezeptoren für Botenstoffe sind auch deshalb so entscheidend, weil es letztendlich die Dockingstationen für alle möglichen Pharmaka sind. Jedes Pharmakon, was bei psychiatrischen oder neurologischen Therapien eingesetzt wird, bindet an die Botenstoffe. Und die Verteilung dieser Botenstoffe zu wissen, im normalen, im gesunden Gehirn, aber auch zu verstehen, wie sich letztendlich die verändern, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, um zu verstehen, warum manche Pharmaka mal besser, mal vielleicht weniger gut wirken. Und diese Rezeptoren und ihre Verteilung zu verstehen, ist auch wichtig, um Simulationen zu machen, um Modelle zu entwickeln und dann letztendlich vorhersagen zu können, wie sich bestimmte Hirnregionen, wie sich bestimmte Zellen in Bezug auf ihre funktionale Aktivität unterscheiden. Und das ist ein Beitrag meines Kollegen Michele Migliore, der in der Simulationsplattform einen Teil des Hippocampus simuliert hat. Und der Hippocampus ist eine ganz wichtige Hirnregion, weil er für Lernen und Gedächtnis so wichtig ist. Und weil er einer der ersten Regionen ist, die zum Beispiel ausfallen oder in ihrer Funktionalität beeinträchtigt werden, bei Patienten mit Alzheimer, bei Patienten mit Demenz. Diese Funktion ist hier bei diesen Patienten eben nicht mehr so da und deshalb vergessen sie es, zu verstehen, warum das so ist. Dafür helfen uns natürlich Simulationen an dieser Stelle sehr viel weiter. All diese Informationen, die Rezeptorinformationen, Simulationen, zelluläre Informationen und die Verbindung zwischen Nervenzellen, die wollen wir letztendlich in so einen Atlas integrieren und diesen Atlas dann der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und im Frühjahr werden wir eine neue Release des Atlas haben und ich bin ganz zuverlässig, dass ganz viele Funktionalitäten drin sind, die diesen Atlas wirklich ein hilfreiches und interessantes Mittel machen. Wir machen aber noch sehr viel mehr im Human-Brain-Projekt. Zum Beispiel in der Meuro-Robotik entwickeln wir physische Modelle für die Maus hier auf der linken Seite. Und Sie können sehen, die Maus kann laufen und ich weiß von meinen Robotik-Kollegen, vom Alois Knoll hier im Raum, dass es ziemlich schwierig ist, eine Maus wirklich laufen zu lassen. Und diese Maus ist etwa so lang. Es ist also ein physisches Modell, mit dem wir jetzt arbeiten können und mit dem wir unsere Erkenntnisse aus der Hirnforschung implementieren können. Wir brauchen aber gar nicht immer ein physisches Modell. Wir haben hier auf der rechten Seite auch ein virtuelles Labor gehabt. Das heißt, wir haben sowohl physische als auch virtuelle Mäuse, mit denen wir arbeiten können und in denen wir unsere Theorien überprüfen können. Nun, eine ganz wichtige Voraussetzung, um so etwas rechnen zu können, um diese Modelle letztendlich zum Leben zu erwecken, ist natürlich Rechenpower. Und wir haben im Human-Brain-Projekt zwei Systeme, Julia und Juron, erworben und lernen anhand dieser neuen Systeme besser zu verstehen, was ist denn eine Rechnerarchitektur, die vielleicht für die Erkennung von Bildern besonders geeignet ist und welche Rechnerarchitektur braucht man vielleicht, um Simulationen zu machen. Denn die neurowissenschaftliche Community, das ist eine sehr heterogene Community mit ganz, ganz verschiedenen Anwendungsprofilen. Und hier können wir also besser verstehen, was das bedeutet. Und wir können auch nutzen, dass unsere Kollegen in anderen Netzwerken, in anderen europäischen Projekten neue und innovative Rechnersysteme selber bauen, wie hier das Deep Cluster, was ebenfalls durch die Europäische Union gefördert wurde. Das heißt, wir können hier wirklich an vorderster Front als Neurowissenschaftler mithelfen, mitgestalten, neue Computer zu entwickeln, mit unseren Wünschen, mit unseren Anforderungen an Rechenpower und an Verarbeitungsgeschwindigkeit. Und wir wollen natürlich auch neue Wege gehen. Neben klassischen Computern im Höchstleistungsbereich entwickeln wir im Human-Brain-Projekt auch Neuromorphe-Computer. Und zwei sind hier gezeigt, Spinecker und Brain Skills. Und ich lade Sie ein, nach dem Vortrag in unserer Ausstellung, diese Computer wirklich anzufassen und sich von den Kollegen erklären zu lassen, was da genau passiert und warum diese Computer so interessant sind. Die Hoffnung ist, dass man mit solchen Arten von Neuromorphe-Hardware bestimmte Prozesse im Gehirn, wie gerade das Lernen, viel, viel schneller abbilden kann, simulieren kann, als wir das bis jetzt können. Und Neuromorphe-Computer heißen eben deshalb so, weil wir versuchen, Erkenntnisse aus der Hirnforschung, aus dem Bau der Nervenzellen mit in diese Computer einfließen zu lassen. Das heißt, wir als Neurowissenschaftler wollen also versuchen, unsere besonderen Bedarfe, Wünsche, und davon gibt es sehr, sehr viele, das kann ich Ihnen allen versichern, an die Computerwissenschaftler weiterzugeben. Die sind dann sofort bereit, tolle neue Rechner für uns zu bauen und geben uns die, damit wir endlich bessere, noch stärkere Möglichkeiten haben, die Komplexität des menschlichen Gehirns zu adressieren und daraus neue Erkenntnisse zu schaffen. Das ist im Prinzip aus meiner Sicht eine Win-Win-Situation, denn wir profitieren beide von dieser Art von Kombination der Aufgaben. Wir können natürlich noch viel mehr vom Gehirn lernen, wenn wir zum Beispiel an künstliche neuronale Netze denken. Und neuronale Netze sind ja doch so eine Art Hype inzwischen und jeder weiß, was ein neuronales Netz ist und hat schon eins gesehen und weiß, dass die alle ganz tolle Dinge machen können. Wir haben alle Handys, wir sind mit der Spracherkennung mehr oder weniger zufrieden. Und da stecken natürlich solche Systeme dahinter und die Anfänge dieser Art von neuronalen Netzen, die gehen in die 50er Jahre zurück. Und wieder war es so, dass einerseits die Neurowissenschaft, also hier der Herr Hepp auf der einen Seite und andererseits die Computerwissenschaft fast zeitgleich zu sehr neuen Erkenntnissen gekommen ist. Also Hepp hat eine Regel gefunden, wer zusammen miteinander verdrahtet ist, der agiert auch miteinander zusammen und er bezog sich da auf Nervenzellen und deren physiologische Aktivität. Auf der anderen Seite wurde das Perzeptron als ein Modell entwickelt, was es eben ermöglicht, unter ganz bestimmten definierten Bedingungen mit sehr klarem mathematischem Regelwerk, solche Informationsprozesse abzubilden. Und wir haben also das erste Perzeptron, was man sich so vorstellen muss, dass es eine Eingangsschicht gibt, dass es ganz viele verschiedene einzelne Neurone gibt, die alle miteinander irgendwie miteinander verbunden sind und am Ende erkennt eben dieses künstliche neuronale Netzwerk, welches der verschiedenen geometrischen Objekte in der Eingangsschicht gezeigt wurde. Also wenn hier ein Rhombus ist, dann erkennt das Netzwerk, dass am Ende ein Rhombus rauskommt. Nun diese ersten Netzwerke, das erste Perzeptron, die waren noch nicht besonders clever und es gab sehr viele Dinge, die diese einfache Netzwerke nicht rechnen konnten. Aber dann auch mit dem Aufkommen neuer guter Prozessoren, Grafikprozessoren, hat man auf einmal Schichten machen können. Sie sehen, dass diese Neuronen jetzt nicht mehr zufällig verteilt sind, sondern dass sie in Schichten liegen. Ganz so ähnlich, wie wir es letztendlich im Gehirn haben. Und diese Schichten haben eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Wenn man sehr, sehr viele Schichten hat und man nennt das tiefe Netzwerke oder Deep Learning, die können zum Teil bis 100 oder sogar mehr sein, dann können diese Deep Learning Netzwerke wirklich sehr, sehr viele Aufgaben lösen, die wir uns früher überhaupt nicht vorgestellt haben, dass die lösbar geworden sind. Zum Beispiel Bilder erkennen mit einer Genauigkeit, die ganz unglaublich ist. Gesichter zum Beispiel erkennen, Sprache erkennen. Und diese Multilayer Perzeptrone, die sind also ein wichtiger Weg in diese Richtung gewesen. Wenn wir uns jetzt aber so ein neuronales Netzwerk anschauen, das ist wieder so ein künstliches neuronales Netzwerk mit nur zwei Schichten, weil 100 passen leider nicht drauf auf diesen Screen hier, dann sehen wir aber schon noch, dass die Architektur dieser Netzwerke sehr, sehr schlicht ist im Vergleich zur Architektur, die wir im menschlichen Gehirn haben. Also auf der rechten Seite sieht man, wie bestimmte Hirnareale wiederum im Sehzentrum miteinander verbunden sind. Und Sie sehen, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie Areale miteinander verbunden sind. Die können direkt verbunden sein, sie können indirekt verbunden sein, es kann über mehrere Etagen gehen, es kann konvergieren und divergieren. Und wenn wir besser verstehen, wie letztendlich die Prinzipien sind, die unser Gehirn ausmachen in Bezug auf die Verbindung zwischen verschiedenen Hirnarealen oder verschiedenen Nervenzellen, dann können wir wahrscheinlich auch besser lernen, wie man bessere neuronale Netze macht, die dann also noch mehr Leistung erbringen können, als das bis jetzt der Fall ist. In welche Richtung das gehen könnte, das zeigt diese Abbildung und die habe ich hier so eins zu eins übernommen von einem führenden Mitarbeiter bei IBM, die er uns bei einem Besuch in Yorktown im letzten Jahr gezeigt hat. Und diese Abbildung zeigt, dass heutzutage mit solchen Deep Learning Netzwerken natürlich schon ganz verschiedene Sachen möglich sind. Spiele spielen geht gut, ich denke an Go. Videoanalyse, Übersetzung von Dokumenten geht ganz gut. Wenn man allerdings so Passivsätze hat, die ein bisschen verschachtelt sind, wird das sehr, sehr schnell sehr schwierig. Wenn man dann aber weitergeht im mittleren Zeithorizont, dann kommt es schon dazu, dass diese Spiele zum Beispiel in Teams sein können oder dass diese Deep Learning Netzwerke zum Beispiel technische Dokumente verstehen sollen, Menschen wirklich verstehen sollen, ethisch denken sollen. Sehr erstaunlich. Und wenn man auf einen noch höheren Zeithorizont guckt, dann stellt man sich das bei IBM so vor, dass man Mathematik entwickeln kann. Alle wissen, dass das ein besonders hartes Problem zu knacken ist, dass man ethische Probleme und Fragestellungen lösen kann, letztendlich beurteilen und lösen. Dass man in die Jurisprudenz reingeht, dass man Regierungen anfängt zu beraten, wie sie letztendlich sich aufstellen sollen. Dass man die Administration viel stärker unterstützt, als jetzt Unterrichte macht, Programmierung, Emotionen nutzt, um Emotionen auch zu beeinflussen. Das sind natürlich sehr, sehr weitreichende Vorstellungen, die diese Firma hat. Und vielleicht ist ja manches von dem völlig Irrsinn und so wie sie halt sind, sie übertreiben immer maßlos. Die Frage ist, an welcher Stelle fängt die Übertreibung an? Was ist real? Und eins ist jedenfalls klar, wir müssen uns sehr gut vorbereiten, wir müssen letztendlich in diesen Wettbewerb auch gehen. Auch wir in wissenschaftlichen Einrichtungen, staatlich gefördert, keine Riesenkonzerne, auch mit nur 89 Millionen Euro innerhalb von zwei Jahren. Das hört sich viel Geld an, aber es ist natürlich im Vergleich zu solchen Aktivitäten sehr wenig. Wir müssen es aber adressieren, wir müssen verstehen, was letztendlich möglich ist, nachwachbar ist und wir sollten an der Vorfront der technischen Entwicklungen auch sein. Wir sollten uns auch darüber natürlich klar machen, was ist wünschenswert, was ist ethisch überhaupt vertretbar. Und das kann durchaus anders sein in ein paar Jahren, als das, was wir uns heutzutage darunter vorstellen. Ich würde also denken, unser Human Brain Flagship ist natürlich so eine Art Flagship, aber vielleicht ist es doch ein etwas anderes Modell. Und Sie sehen, wir sind dabei, das Modell weiterzuentwickeln und letztendlich ins nächste Jahrhundert damit aufzubrechen mit dem HBP. Und wohin in neue Universen? Für mich sind neue Universen immer höhere räumliche Auflösungen, immer mehr reinschauen ins Gehirn. Und wir können das machen, zum Beispiel mit einer Methode, die heißt Polarisationsbildgebung. Und die haben wir maßgeblich in Jülich weiterentwickelt. Und bei dieser Methode untersuchen wir ganze Hirnschnitte eines menschlichen Gehirns. Und die sind etwa 60 Tausendstel Millimeter dick. Die sind nicht gefärbt. Wir ziehen die auf solche Objektträger auf. Und es kommen sehr viele Schnitte zustande, also 2000, 3000 Schnitte. Aber unsere technischen Assistenten lächeln trotzdem noch. Also es ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, aber es ist auch eine, die machbar ist, aber die uns wirklich fordert. Was machen wir dann mit diesen ungefärbten Schnitten? Nun, wir tun sie auf ein sogenanntes Polarimeter, bestrahlen diesen Schnitt mit grünem Licht. Und Polarimeter bedeutet, dass es verschiedene Filter gibt, die hier zu sehen sind. Die können wir drehen. Und wenn man die Filter gegeneinander dreht, dann können wir Informationen darüber extrahieren, wie die Faserverbindungen in diesem Schnitt räumlich orientiert sind. Wir können das deshalb, weil die Faserverbindungen doppelbrechende Eigenschaften haben. Das sind Lipide wieder. Und über einen Kalkulus können wir also berechnen, wie die Orientierung aussieht. Leider kommen dabei sehr viele Daten zustande. Wenn man also nur mit einer Auflösung von 60 Tausendstel Millimetern misst, brauchen wir etwa 15 Minuten pro Bild und kommen etwa auf 4 Gigabyte pro Bild. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es macht schon einige ältere Rechner schachmatt. Wenn wir versuchen, Ganzhirnschnitte mit einer Auflösung im 1-Mikrometer-Bereich zu scannen, brauchen wir 6 Stunden, manchmal sogar 8 Stunden, um solche Schnitte zu messen. Und wir kommen dann auf sagenhafte 4 Petabyte nur für ein einziges Gehirn. Und Sie wissen inzwischen, ein Gehirn ist kein Gehirn. Aber wir wären natürlich schon froh, wenn wir eines oder wenige Gehirne haben und diese Gehirne wirklich in diesem Detail analysieren können. Denn wenn wir solche Gehirne haben, dann haben wir auch eine Brücke, von dieser Mikroarchitektur auf andere Ebenen rüberzugehen. Und Sie sehen hier, wie so ein Schnitt aussieht, den wir mit Polarisationsbildgebung untersucht haben. Und die Farben zeigen die verschiedenen Richtungen der Faserbahn an. Und schwarz bedeutet, die Richtung geht in die dritte Dimension. Und Sie können sehen, grün bedeutet, dass die Richtung so von oben nach unten ist. Pink würde bedeuten, geht eher von links nach rechts. Und wir können wirklich einzelne Fortsätze von Nervenfasern hier in der Hirnrinne sehen. Das ist wirklich einzelne Axone, die Sie hier sehen können. Und die sind eben nicht nur dargestellt, nicht nur visualisiert, sondern wir wissen auch genau, wo sie lang gehen. Wir wissen also, die sind unter 10 Grad gekippt. Und wir können diese Faser dann über verschiedene Nachbarschnitte verfolgen. Und die Idee ist, solche Informationen verknüpfen mit Informationen, die wir zum Beispiel auf der Diffusionsbildgebung können. Das sind also Bildgebungsmethoden, die wir beim lebenden Menschen, beim Patienten zum Beispiel, anwenden können. Und die es uns ermöglichen, große Faserbahnen zu sehen. Aber leider eben nur mit dieser Auflösung, die vielleicht so bis auf einen Millimeter geht und nicht bis auf diese Auflösung, die zum einzelnen Axon geht. Und weil jede Methode ihre Stärken und ihre Schwächen hat, ist es eben sinnvoll, die miteinander zu verknüpfen. Und das ist eben auch etwas, was wir in Jülich machen, aber was wir auch im Human Brain Projekt machen. Und hier haben wir 230 Schnitte mal eines Gehirns eines Affen, grüne Meerkatze, rekonstruiert. Auch wieder aus dem Bereich der Seerinde. Und all das, was hier rot ist, das sind ganz dicht gepackte Faserbahnen. Und unsere Vorstellung ist, dass wir ähnlich wie in einem Google Brain in das Gehirn hineinzoomen können. Und hier zum Beispiel im Bereich des primären Seezentrums wirklich einzelne Faserbahnen im Raum darstellen können. Und diese wurmähnlichen Strukturen, das sind kleine Blutgefäße, die wir auch darstellen können. Und wir haben hier wirklich das erste Mal einen räumlichen Eindruck über so ein großes Volumen berechnen können. Und dafür musste ein Suchercomputer die Jureka nämlich herhalten. Wir können auch versuchen, bestimmte Hirnregionen rauszuzoomen. Und hier ist ein Beispiel wieder aus dem Hippocampus. Sie erinnern sich, Lernen und Gedächtnis. Und wir sehen hier in einem und demselben Schnitt nicht nur die Faserbahnen, sondern die weißen hier. Das sind auch einzelne Nervenzellen. Das heißt, man kann wirklich wieder diese verschiedenen Modalitäten miteinander in Übereinstimmung bringen und kann untersuchen, wie ist denn die Verteilung der Zellen, wie ist die Verteilung der Verbindung zwischen Zellen. Und wir haben hier gefunden, dass gerade in dem Bereich die Verbindung, die letztendlich die Information hin zum Hippocampus bringen, die ist viel komplizierter, als wir es bisher wussten. Und man kann sie leider in keinem der schönen Bücher finden. Wir haben ein ganz tolles Buch wiederum in der Ausstellung zu sehen von 1800 Frag mich nicht. Da sind wirklich tolle Abbildungen dazu. Aber was wir hier sehen, ist völlig neu. Und wir haben letztendlich keinen Atlas und wissen nicht, was wir da sehen. Wir müssen es wirklich von Beginn an versuchen zu verstehen und zu analysieren. Und dann können wir zum Beispiel kleine Regionen, die wir gescannt haben, denn nicht immer kann man ein ganzes Gehirn untersuchen, können wir versuchen, in so ein Referenzgehirn hineinzulesen. Und das ist die Idee. Wir nehmen also hier so eine kleine Hirnregion und registrieren die dann, kartieren die hinein in so ein Referenzgehirn. Und das ist unser Big Brain Referenzgehirn. Das hat eine Auflösung von 20 Mikrometern. Und wir stellen uns vor, dass zum Beispiel Chirurgen, die ein Stückchen Gewebe während einer Operation entnehmen müssen und dann eben nur das kleine Stückchen haben, dass sie das auch in diesen Atlas reinbringen können. Dass also das Human-Brain-Projekt und der Atlas so eine Art Datenbank wird, die aus allen Ecken in der Welt Daten integriert und sie auch wieder zur Verfügung stellt, sodass man einen Mehrwert hat dadurch, dass man eben seine Daten auch in diesen Atlas einstellt. Kann man noch weitergehen als 20.000 Millimeter? Das war schon eine sehr große technische Herausforderung, hat uns zehn Jahre gekostet. Und kann man auf einen Mikrometer gehen? Wir würden das gerne, denn ein Mikrometer, das ist eine räumliche Auflösung, wo wir wirklich die Form einzelner Nervenzellen sehr gut sehen können. Das ist natürlich richtig schwierig. Und Sie sehen hier, wenn man ein Gehirn schneidet, dann kommen solche 20.000 Millimeter dicken Schnitte zustande. und die sind kapriziös, wie eine Prima Ballerina kapriziös ist. Die gehen kaputt, die legen sich in Falten, die widerstreben sich. Manchmal haben die auch mal einen Riss. Es ist wirklich sehr schwer, solche Art Schnitte zu handhaben. Und in Düsseldorf haben wir eine Methode entwickelt, das wirklich zu können. Das kann vielleicht eine Handvoll Laps überhaupt weltweit so zu tun. Aber wenn wir dann aus so einem Paraffinblock, in dem das Gehirn eingebettet ist, so einen Schnitt extrahieren und ihn dann anfärben auf Zellkörper, dann können wir schon auch feststellen, dass es während dieser ganzen histologischen Verarbeitung des Gewebes zu deutlichen Verzerrungen kommt. Und diese Verzerrungen können zum Beispiel mehrere Millimeter einnehmen. Wenn ich aber jetzt eine dreidimensionale Rekonstruktion haben möchte, die ein Tausendstel Millimeter nur ungenau ist, aber ich habe leider, leider 5 Millimeter Verzerrung, dann ist das ein ziemlich heftiges Problem, weil jeder Schnitt ist auch noch unterschiedlich verzerrt, jeder Schnitt ist auch noch einzeln. Und es gibt von diesen Schnitten etwa 7.000 oder 8.000 für ein einzelnes menschliches Gehirn. Wir haben also ein Big-Data-Problem. Wir haben Bilder in der Größe von 200.000 mal 100.000 Pixeln. Innerhalb dieser Bilder haben wir 30 optische Ebenen, die wir einführen, damit wir wirklich die dreidimensionale Struktur von Nervenzellen sehen können. Und bei etwa 7.500 Schnitten macht das 2 Petabyte pro einzelnes Gehirn. Wie kriegt man so viel Petabyte erzeugt? Nun, man kauft sich eine Scanner-Farm. Und genau das ist gerade passiert in Jülich. Wir haben also acht verschiedene Scanner gekauft, die es ermöglichen, innerhalb eines Jahres ein menschliches Gehirn zu scannen mit einer Auflösung von einem Mikrometer. Dabei fallen natürlich sehr, sehr viele Daten an. Wir kontrollieren diese Daten bei uns im Institut und dann schicken wir sie rüber ins Jülich Supercomputing Center und lassen die Kollegen dann mit uns zusammen natürlich rechnen und diese Bilder verarbeiten und analysieren oder eben auch ins Archiv schreiben. Denn unsere Daten sind ja extrem wertvoll. Und im Unterschied zu vielen Simulationen wollen wir die Daten nicht wegwerfen, sondern wenn wir das Gehirn mal einmal gescannt haben, dann wollen wir es letztendlich auch für die Ewigkeit sozusagen erhalten. Das ist sehr viel Speicherplatz. Zwei Petabyte ist eine ganze Menge an Platz. Und dann sind wir aber schon in der Lage, und das ist so eine erste Pilotstudie, die ich Ihnen zeigen möchte, dass wir wirklich einzelne Nervenzellen im Raum darstellen können. Das ist der originale Schnitt mit den vielen Nervenzellen drin. Und das sind virtuelle Schnitte, die rechtwinklig dazu gehen, die zeigen, wir haben sie in der Tat dreidimensional rekonstruiert. Wir können erkennen, wo die einzelnen Zellen sind. Wir haben eine Möglichkeit, mit der man im Prinzip 86 Milliarden Nervenzellen im Gehirn aufzeichnen kann und räumlich genau abbilden kann. Das haben wir ausprobiert für ein Kerngebiet, was ganz in der Tiefe des Gehirns liegt, den sogenannten Nucleus Subthalamicus. Und all die Punkte hier, das ist jeweils eine Nervenzelle, hier schwarz gefärbt, und die unterschiedlichen Farben bedeuten, dass die Nervenzellen sehr unterschiedlich in diesem Kern gelagert sind. Warum ist das wichtig? Nun der Nucleus Subthalamicus, das ist ein Ziel, zum Beispiel von Tiefenhirnstimulationen bei Patienten mit Parkinson, die man mit normaler Therapie, mit Medikamenten, nicht mehr therapieren kann. Die bekommen eine Elektrode in das Gehirn platziert, um dieses Zittern letztendlich zu unterdrücken. Und bei manchen Patienten sehen wir, dass sie sehr gut davon profitieren. Bei anderen Patienten erleben wir, dass sie weniger gut davon profitieren. Die Frage ist, warum? Nun gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, diese Elektroden zu schalten. Und Simulation ist sicher eine Möglichkeit, da weiterzukommen. Die andere Möglichkeit ist, man habe eine genaue Karte. Man weiß genau, wo die Elektrode liegt, in welcher dieser verschiedenen Regionen im Nucleus Subthalamicus. Das ist also letztendlich eine Art Forschung, die wir als translationale Forschung sehen wollen, die natürlich auch viel mit Grundlagenwissenschaft zu tun hat und wo wir dann in neue Gebiete auch vordringen wollen. Am Ende wollen wir letztendlich auch diesen Nucleus Subthalamicus Ärzten zur Verfügung stellen, wie hier in diesem Big Brain Referenzgehirn gezeigt, sodass man ihn anwenden kann für Forschung, für klinische Untersuchungen, für Simulationen letztendlich, um klinische Eingriffe effizienter und besser möglich zu machen. Das ist letztendlich ein Riesenziel, was wir uns gestellt haben. Es ist deshalb möglich aus meiner Sicht, weil ICT, Computing auf der einen Seite und Neurowissenschaft auf der anderen Seite inzwischen so weit gekommen sind, dass sie wirklich miteinander sprechen können, dass man da eine Synergie erreichen kann. Wir sind in Jülich in der sehr glücklichen Situation, dass wir sowohl starke Neurowissenschaftler haben, auf ganz verschiedenen Gebieten, von der molekularen Untersuchung bis zur Ebene von der Neurologie oder von der Psychiatrie. Wir haben auf der anderen Seite die Kollegen im Supercomputing Center, die weltweit führend sind und innovative Rechnerkonzepte entwickeln und eben nicht nur von der Stange kaufen, die mit uns darüber nachdenken, wie kann dann so ein modularer Computer mal aussehen, der für uns interessant ist, aber auch für Anwender aus ganz anderen Bereichen, aus der Klimaforschung oder aus der Astrophysik oder auch aus der Materialforschung. Und das ist natürlich eine ganz wunderschöne Situation, die ich als Wissenschaftlerin sehr schätze, umso mehr als durch dieses Human-Brain-Projekt die Sachen noch mal potenziert sind. Und letztendlich ist das Gehirn so komplex, es ist so schwierig und es wird noch so lange dauern, dass ein Labor oder ein Land selbst nur völlig überfordert sind, alle diese Fragen zu adressieren. Und deshalb ist es eben wichtig, dass sich die Wissenschaftler an der Stelle zusammenschließen, miteinander kommunizieren und versuchen, zu neuen Horizonten zu kommen. Das ist möglich nur, weil ein ganz großes Team dahinter steht. Ich hoffe, ich habe nicht zu viele meiner Kollegen vergessen. Ganz häufig steht hinter den Kollegen noch mal ein anderer Kollege, der auch ein tolles Skript geschrieben hat oder auch analysiert oder kartiert hat. Ich möchte mich also bei allen meinen Kollegen bei unseren Funding-Organisations besonders herzlich bedanken, auch bei meiner Tochter, meinen Freunden und bei Ihnen für Ihre Geduld, Ihre Aufmerksamkeit. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020